Unser Augenmerk gilt heute einem weiteren Familienmitglied der inneren Kampfkünste. Das Ziranmen steht seiner namentlichen Wurzel nach für spontane und natürliche Bewegung und folgt dabei keiner festgelegten Formsequenz. TGJ-Autoren Nassim Raufi und Thomas Diesner geben ergänzend zu ihrem Artikel in der Ausgabe 2 2023 Heft 84 hier einen Einblick in Ziranmen in kreativ bewegten Bildern. Musik 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 Weitere TGJ-Beiträge in bewegten Bildern finden Sie auf unserer Seite. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020